Okay, das ist ja problemlos. Ja, das geht problemlos. Aber ich habe diese Technik eigentlich schon nie angewandt, nicht? Also dieses Senkrecht zur Seite, dieses da nicht? Ja, genau, das ist sehr effektisch. Was ist daran anders? Möchtest du dieses Geräusch haben? Ich möchte dieses Geräusch haben, genau. Genau, damit es möglichst so eine kleine, dass so ein Rauschen dabei ist. Freundschaft verbindet Michael Bach und Burkhard Weber. Sie nutzen jede Gelegenheit, um die Möglichkeiten der neuen Bogentechnik zu vertiefen und voneinander zu lernen. Aufschlag, wo kommt es? Genau, genau das.